Musik Bereits heute leben viele kinderreiche Familien im Quartier. Der bisher wenig genutzte Sillhölzli Park wird dank der Unterstützung von Soziokultur, von Eltern und Kindern zurückerobert und entwickelt sich zu einem generationenübergreifenden Treffpunkt. Die Spielanimation findet im Schulkreis Limmatals statt oder alle Angebote von Soziokultur Kind, weil das ein Schulkreis ist, der sehr viel Verkehr hat, sehr wenige Grünflächen, wenige Spielplätze und kleine Wohnungen. Und die Spielanimation und die offenen Kindertreffpunkte, die wir führen, die laden die Kinder ein, um ihre Freizeit dort zu verbringen und eine Art, eine erweiterte Stube zu erleben, wo sie Platz haben, zum Basteln und Malen und Wecken und Spielen und sich zu treffen. Musik My kids are thrilled every time I come here, until I tell them it's time to go home, then they're not so happy. But while they're here, they have a great time. They have a lot of friends here, they meet friends here. Musik Sie können basteln, sie haben Raum, sie können Sachen machen, was sie zu Hause nicht machen können. Sie können ihre Fantasie ausleben, ihre gestalterische Fähigkeiten manchmal entwickeln und wir unterstützen sie dabei. Musik 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 Musik